Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary mit dem Finale, beziehungsweise dem Endkampf, ja Der Typ hier ist ein bisschen krank an der Birne und wir müssen ihn ja irgendwie, genau, hier runter locken, das hab ich ja letztes Mal schon gecheckt ähm ah, ich hab ihn grad die Beine abballern können, äh, die Arme abballern können und ich hab im letzten Part gesagt, dass das hier der letzte Part wird dann wahrscheinlich, das stimmt natürlich nicht ganz, beziehungsweise höchstwahrscheinlich nicht, denn, ich hab ja völlig vergessen wir wollen ja auch noch, uns mal das Craftmana angucken, nicht wahr das gibt's ja auch noch, so so hier, bäm, fall mal runter ah jetzt ist er da wieder hängen geblieben aua ich hab mich grad gewundert, was das was das Dreieck soll, dass ich irgendwas machen muss, aber hier liegt da noch ne Munition und so rum ich erinnere mich oh mein Gott okay interessant, dass er manchmal stecken bleibt und manchmal nicht du hast nen Arm verloren es tut mir sehr leid ich weiß, es ist sehr grausam aber dagegen kann ich leider nichts tun so, Mann okay, okay, okay guck mal, jetzt kann ich ihn ja auch ein bisschen auf den Arm ballern, nicht wahr das kümmert ihn aber irgendwie überhaupt nicht naja, ist ja auch egal wir versuchen jetzt weiter da bin ich voll vom Stick abgerutscht ist aber nichts passiert irgendwie verstehe ich nicht so ganz, was das soll wann, wann der jetzt da drin landet und wann nicht hast du wieder keinen Arm hast du den gleichen Arm nochmal verloren willst du mich verarschen guck mal, die Hälfte ist schon weg das geht voll klar wow, das hätte jetzt furchterlich schief gehen können ist es aber nicht ne, da passiert irgendwie nix bei keine Ahnung oh ach so wow das war auch noch nicht alles, oder? okay, Kontrollpunkt da passiert bestimmt noch mehr bestimmt kommt es nochmal Nuttlaus persönlich an das kann es nämlich nicht gewesen sein da gehe ich stark von aus ne, wir haben erstmal den ganzen Scheiß hier mit so, kam die Lava gerade höher oder sah das nur so aus? das sah nur so aus das ist schön okay, haben wir den Boss hier doch recht schnell gemacht das finde ich, finde ich gut muss ich sagen gefällt mir like mh genau so könnt ihr dieses Video liken äh nein so tief möchte ich nicht sinken so, oh Gott ich glaube die Schwung schaffe ich oh okay hier wird es nochmal anspruchsvoll ich merke schon oh hallo na Moment da schenkt er mir gleich einen ein äh wow hier tschüss jetzt mach ich lieber gar nichts mehr hier oh okay das Ding klappt ein so ein toller Scheiter wuhu bitte was warum hat er sich jetzt nicht festgehalten? das war doch nun wirklich nicht wirklich nicht wichtig äh also nicht wichtig dass sie sich nicht festhält das meine ich so achso wow fast runter gefallen nehmen wir gleich mal die hier so okay fährt das Ding da irgendwie schon ne erst wenn ich da rangehe fährt das raus das ist ja frech so jetzt meine Güte es war doch wieder unnötig aber egal wir machen das trotzdem so da oben ist ein secret hm hallo aua voll in mich reingefahren okay lass es mal lieber nicht so ne Munitionsverschwendung die werden wir gleich bestimmt noch beim Boss benötigen okay irgendwie gehst du noch weiter da kommt sogar noch Rätsel hm ich hab halt Endkampf gelesen ist ja naheliegend dass es fast vorbei ist ne ich meine Leilfe gerade schon wieder kacke so kann ich nicht ne ne hm gucken wir mal ne egal mach den Part ein bisschen länger ich hab ich hab heute Zeit mitgebracht ja wir schaffen alles heute das ist überhaupt kein Problem trotzdem geh ich erstmal nicht davon aus dass es jetzt wirklich noch Jahre dauert ja also wir sind kurz vorm Finale das sollte soweit klar sein wow die halten echt nicht viel aus die Typen naja aua oh okay ich hab ja genug fette Medikits dann sollte ich die jetzt auch mal benutzen glaub ich wäre ne Idee ähm hm ich kann die irgendwie überall lang alter müssen wir sogar nochmal tauchen oder was ey na das ist ja super hm machen wir das halt ist doch kein Problem so möchte ich da jetzt erstmal hoch oder die Treppe weiter ich glaub ich komm da gar nicht hoch äh da oder doch komm ich scheint aber auch nur irgendwie so ein kleiner Gang zu sein oh hallo aha bis auf den Boden da kannst du mir gar nichts ähm zu zu ich verarschen so wie die noch so zischen wie so ne Schlange ey ah okay halt das Ding ja schon mal rausholen so ich bleib mal hier und ich geh jetzt mal weiter hoppala geh runter so dann kann ich ja mal ne man geh doch runter so dann kann ich da hinten ja schon mal weiter gehen mal gucken was da so ist vielleicht ja sogar was für mich ist ist möglich äh hm irgendwie nicht hm das ist dann bestimmt ja da unten war ja noch so ein Ding da geht's sicherlich weiter hm Gott da denkt man echt man ist kurz vorm Ende und dann passiert hier ja noch voll viel das ist ja voll ärgerlich hm war richtig deswegen hab ich grad nen Checkpoint gekriegt oh noi ah geh weg geh einfach weg brav so ich könnte versuchen da rüber zu jumpen wa um mir ein Secret zu holen ach ne hä man muss sagen ein Secret egal kam ich nicht von da von da kam ich doch was ist das für ne Verarsche hehehe ok hm von da kam ich äh hm ok da ah ok ich könnte vielleicht versuchen das Ding da hin zu schieben da komm ich von da da hin wäre ne Idee ne aber ne das sind Kanten hm da komm ich wieder nicht rüber ah na das ist ja ätzend ähm hm ok ja Gott ah ist da unten jetzt offen ne sah grad nur so aus hm 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 aber hier ist ein Ding muss doch irgendwas bringen wenn ich hier wieder zurückgehe warum geht dann die Tür wieder auf das ist doch dämlich hm hm das ist sogar richtig dämlich da ist nur ein Secret ach so ah mit dem mit der Kiste könnt ihr mir das bestimmt holen da war ach ist mir jetzt aber egal ähm ich muss da irgendwie hinkommen könnt ihr mal kurz einen Kontrollpunkt kriegen dankeschön dann kann ich mich eigentlich mal ganz Kamikaze versuchen da ranzuspringen das wird eh nicht klappen ah war ein Versuch wert och äh irgendwie muss ich da ja rüberkommen ne Cheater ne geht nicht äh ist vielleicht wow ist vielleicht hier noch irgendwas wenn ich immer nach links gehe nö äh das ist merkwürdig das ist da kann ich mich da irgendwie ranhängen oh ja aha okay und jetzt ah das war knapp das sieht man aber auch kaum dass man sich da ranhängen kann du find ich aber frech naja okay und hier ist ein Cheater oder so äh hier ist gar nichts da fuck ah obwohl wollte wohl meinen Moment ah okay neuer schalter den gab es so noch nicht das ist ja wunderbar äh wie jetzt würde ich mich verraschen ist es gerade ernsthaft wieder zugegangen oh wie jetzt man so langsam nervt es glaub mir das mal äh boah die kamera sich echt manchmal mitdreht das ist echt ein bisschen suboptimal manchmal oh nein falschen knopf gedrückt oh jetzt wollte ich zumindest schnell da lang hangeln b drücken ich bin noch bekloppt alter äh ach gott ey so nein ich hab schon wieder den falschen knopf gedrückt jetzt geht's ja wohl nicht wieso drück ich denn mal b bin ich ewig scheiße im kopf alter selbsthass kommt mal wieder auf meine fresse ich bin zu dumm gerade so meine fresse was soll das denn hä ich verstehe jetzt aber nicht was das hier soll denn irgendwie geht das ding dann sofort wieder zu scheinbar was für ein quatsch ok jetzt ist es offen aber geht irgendwann wieder zu oder was lieber schnell durchschwimmen hä wie ist denn das eben wieder zugegangen what the fuck äh ich weiß es nicht ist ja ey ich drück gerade heute dauerhaft die verweiterten knöppel ich weiß nicht was mit mir los ist ach man ey irgendwas donnert jetzt wieder rum das möge mir nicht gefallen wuhu oh oh lol nichts passiert aua ach so nein zur seite so na ok lol what the fuck what the fuck äh alter wie lange geht denn das spiel noch das ist ja unglaublich und mein spiel lädt nicht weiter ah jetzt what the fuck die letzte tomb raider folge oh die letzte tomb raider folge heute am arsch alter wie lange geht denn das spiel noch das ist ja unglaublich da steht sogar endkampf weißt du nö spiel geht noch weiter pff egal äh langsam wird's peinlich moment so irgendwie darf ich mich hier wohl nicht fallen lassen dann sterbe ich einfach random ja hä what the fuck da muss ich doch runter was ist das denn für quatsch hier schon wieder ey oh wie lange das dauert bis der ladescreen nicht mehr kommt weil irgendwie noch ein paar texturen da abdancen müssen was soll das denn ey so langsam reicht's dann ja finde ich jetzt ist sie nicht gesprungen alter boah geht mir das spiel so lang so langsam geht mir das spiel echt auf die nerven weil es irgendwie nicht weiß wann es aufhören soll hab ich das gefühl oh das war jetzt aber dämlich dann immer wieder oh endkampf oh kurz vorm ende und dann kommen irgendwie trotzdem noch 50.000 passagen die einfach nicht aufhören äh ich hatte gehofft das spiel ist endlich vorbei aber nö endkampf steht da Leute endkampf ja ich beende den part sogar extra früher den ein man hätte ich das gewusst ey warum warum da war doch überhaupt nichts ahhh ey ne so langsam wird das spiel echt nervig wow das ist wieder nicht gesprungen ich hab A gedrückt ne ich drück jetzt richtig fest drauf also dass der knopf wirklich schon beinahe kaputt geht okay interessant dass ich davon irgendwie mal nicht getroffen werde da war mir nichts gegen einzuwenden so Lara kannst du mir mal sagen warum du an der Kante da immer stirbst soll ich mich jetzt einfach mal fallen lassen da unten war ja auch irgendwas ach ich versuch's einfach mal ne geht nicht äh okay man kommt nicht weiter schön dass ich das jetzt weiß das ist sehr schön ach nö ach nö ach nö warte mal ja dann geh doch einfach runter Lara nein ey wo soll man denn da hin da gehst du nirgendwo lang what the fuck einfach nur hä ne ist auch zu hoch what the fuck es geht nirgendwo weiter hä ach so langsam wird's echt ankotzend oh wieso springst du denn nicht Mädel meine Güte ich drück A und das hat so einen Delay das ist unglaublich Endkampf Mama äh jetzt diese Fehlinformationen die geht mir ja mal auf die Nerven ich hab das richtig geplant ja so jetzt ja ja endlich vorbei mit diesem nervigen Spiel aber nö komm ich da jetzt irgendwie mal ran nö auch nicht halt dich doch einfach fest wie wär's mal damit oh ist das dämlich wieso springt die denn nicht wieso holt die erst mal ey die geht noch so derbe in die Knie alter das nervt das Spiel ist super nervig geworden glaub mir mal hä wieso wieso hä was hä ach ey ist das Spiel ankotzend das ist ja mal super nervig Legend ist so viel besser das ist ja unglaublich das hat nicht so nervig gepasst an das Spiel kam ein Jahr früher oder zwei ich weiß nicht wo man jetzt lang muss man kann nämlich nirgendwo lang jetzt ne man kommt nirgendwo lang jetzt ja jetzt ne danke mhm aha und jetzt einfach ohne Worte manchmal tut's in der Lava weh manchmal nicht ach die gehen auch noch unter na das ist ja herzallerliebst und Checkpoint Alter und diese Kamera ey du siehst nix ach checkpoint please ach alter vater okay was kann ich da jetzt machen okay toll äh bonuspassage cool ah okay das Spiel hört einfach nicht auf das ist echt schön zu wissen naja gut werden wir noch weitere zwei drei Parts hier drin hängen wahrscheinlich macht überhaupt nichts okay hier sieht's arena mäßig aus keine Ahnung bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen tschüss tschüss